Okay, bist du soweit? Na dann los. Welche Farbe ist das? Braun. Ja. Wenn wir jetzt einen Bleistift nehmen und ein Gesicht malen, dann sehen wir das Leben in den Augen. Das Leben liegt immer in den Augen. Da ist ein Monster. Wie beginnt die Geschichte? Mit einem Jungen. Zu alt, um noch ein Kind zu sein. Du wirst bei mir wohnen. Und fass hier nichts an. Zu jung, um schon erwachsen zu sein. Du bist für mich unsichtbar. Was hat er getan? Er rief nach einem Monster. Wow. Wow, du sagst es. Ich weiß alles über dich. Die Wahrheit, die du verbirgst. Die Wahrheit, die du träumst. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Aber du musst jetzt tapfer sein. Verstehst du? Was soll ich als nächstes zerstören? Mach die Fenster kaputt! Mach das doch selbst. Es ist okay, wenn du wütend bist. Ich bin auch wütend. Und wenn du etwas kaputt machen musst. Mein Gott, dann mach es. Ich wünschte, ich hätte 100 Jahre. 100 Jahre, die ich dir geben könnte. Ich habe Angst. Natürlich hast du Angst. Aber du wirst es schaffen. Deswegen hast du mich gerufen. Na komm. Ich weiß alles über dich, Connor O'Malley.